Ein Hallo von mir herzlich willkommen von RM Charles, ich begrüße euch zurück in The Division 2 meine Agents und heute bin ich am PTS unterwegs, das heißt am Testserver, am PC. Ich habe mich jetzt so mal reingewagt, viele haben gesagt, es gibt so viele Änderungen und das ist alles so schlecht und so weiter, aber ich habe es jetzt mal angeguckt, ich habe selber Instanzen gespielt. Fangen wir mal mit einem positiven Ding an, ich bin gleich mal am Rekalibrierungszentrum hier in der Station. Hier was so eine Änderung ist und zwar wenn ihr irgendwas umrollen wollt, das heißt zum Beispiel einen Kopfschuss schaden und ihr wollt mehr rauf tun, so wie hier zum Beispiel 10% mehr, dann gehen die 10% auch rauf. Also er rollt dann diese zwei Sachen mit und hier wird nichts abgezogen. Wir haben ja am normalen Server diese Sache, dass er sich abzieht, dass er hier irgendwie ein Gleichgewicht reinbringen will. Das fällt also weg, das ist schon mal sehr positiv. Was mir sehr aufgefallen ist und zwar, das betrifft meine Gear Sets, dass viele einfach nicht mehr funktioniert haben. Wir haben ja etliche Änderungen drinnen. Ich will jetzt wirklich nicht alle rausnehmen, denn das wäre wirklich, das Video würde Ewigkeiten sprengen. Ich gebe jetzt nur ein paar so Beispiele und so wie hier zum Beispiel das Talent unaufhaltsame Kraft. Hier gibt es dann nur mal den Waffenschaden pro 25.000 Punkte. Hier was ich weiß, hier waren wir ja bei 10.000 Punkten. Des Weiteren bei Serka, hier haben wir jetzt 10% Waffenschaden für alle 20% des maximalen Rüstungswerts, die zerstört werden. Aber hier benötigen wir jetzt 7 von 7 Rot. Hier haben wir eine Änderung drinnen. Hier war gar nichts drinnen, was das Rot betrifft. Das heißt also, hier bekommen wir diese Angriffsattribute einfach dazu. Ebenso weiter geht es bei gekoppelt. Hier hat man kritische Trefferheilen 15% Lebensenergie und Reparieren 2%. Jetzt haben wir Heilung der Lebensenergie wieder auf 20 erhöht. Dafür haben wir hier eben nur 1% auf der Rüstung. Bei Geduld haben wir eben so eine Änderung. Hier haben wir jetzt 5 Sekunden. Vorher waren 3 und wir benötigen jetzt 6 Verteidigung. Vorher hatten wir, glaube ich, 7 Verteidigung. Das heißt, hier geht es ein bisschen runter vom Verteidigungswert. Aber wir müssen jetzt mindestens 5 Sekunden drinnen sein. Vorher müssten wir eben 3 Sekunden nur drinnen sein. Bei Sicherheitsvorkehrungen haben wir auch eine Änderung. Hier ist der Heilungseffekt jetzt nur mehr für 5 Sekunden drinnen. Und wir benötigen 4 Angriffsattribute. Es gibt sonst auch noch ein paar Änderungen. Aber wie gesagt, die würden jetzt den Rahmen sprengen. Ich gehe aber weiter jetzt gleich mal zu den Waffen. Denn ich denke, ich habe mir so ziemlich alle abgedeckt, was bei der Ausrüstung betrifft. Hier zum Beispiel bei Killer ist mir aufgefallen, dass wir hier jetzt 30% Schaden nur mehr haben. Da hat man 50 vorher. Also hier haben wir auch einen Nerv drinnen von 50 auf 30. Erhaltung hat sich ebenso geändert. Hier haben wir jetzt Kills reparieren 10% Rüstung über 5 Sekunden. Hier hat man vor, ich lese gerade nach. Und zwar Kills reparieren 5% Rüstung über 3 Sekunden. Und Kopfschusskills verbessern die Reparatur um 10%. Und hier haben wir hier die Änderung drinnen. Und plus, wir benötigen 7 von den Verteidigungsattributen. Der Raserei hat sich auch geändert. Hier hat man vor, dass Nachladen leerer Magazine verbessert den Waffenschaden um 35% und die Feuerrate um 35% für 7 Sekunden. Hier haben wir jetzt drinnen, für 10 Kugeln der Magazinkapazität erhöht sich für 5 Sekunden die Feuerrate um 2% und der Waffenschaden um 2%. Und wir benötigen 4 von den Verteidigungsattributen. Das heißt hier haben wir auch eine Änderung drinnen. Was sich wirklich im Endeffekt noch weiter tut, werden wir sehen. Aber ich habe schon hier bei meinen Sets bemerkt, dass ich hier doch etliches umstellen musste. Also ich konnte nicht die Sets benutzen, die ich vorher hatte. Also hier wird auf jeden Fall ein bisschen neu gerollt. Was aber noch sehr positiv ist, ich war in Instanzen selber drinnen. Weil sie haben ja ein bisschen die Drops anscheinend auch geändert. Also ich hatte jetzt eigentlich nur eine goldgelbe Drop, keine niedrigen mehr. Hat auch mehr für die Spezialmunition, das dürften sie anscheinend auch angepasst haben. Und was sehr positiv ist, und zwar am Ende, es gibt so eine Analyse über das Damage. Ich bin da aufgekommen, mein Aim ist wirklich nicht so gut. Ich treffe irgendwie nicht so wirklich viel anscheinend mit meinem Sturmgewehr. Aber hier möchte ich aber eure Meinung wissen. Und zwar ist es für euch so wie so ein Paser. Also wie gesagt, hier habe ich es nur alleine gespielt am Testserver. Wenn man aber in der Gruppe ist, dann sieht man auch, wer macht Schaden, wer macht den meisten Schaden. Oder wer macht am wenigsten. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Meine Einstellung zu Paser von anderen Spielen ist eher so, für ein Gebrauch ja, um andere zu kontrollieren. Eher nein. Also hier würde mich wirklich eure Meinung interessieren, was ihr dazu sagt, wie ihr das seht. Und da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Ich hoffe diese PTS-Übersicht hilft euch ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht hier ein Video machen über 30 Minuten, denn ja, das guckt dann im Endeffekt keiner. Haben wir gedacht, ich nehme nur so die wichtigsten Skills raus, beziehungsweise die wichtigsten Änderungen der Talente. Und hier, auf jeden Fall, wir werden uns sowieso anpassen müssen. Die Änderungen werden kommen. Es ist hier jetzt noch im Test. Wir werden eben sehen, was wirklich 1 zu 1 hinüber geht. Und vielleicht, ein paar Nerfs werden vielleicht wieder ein bisschen hochgehoben. Wir werden sehen. Aber ich selbst kann sagen, ich habe es halt jetzt mit einem anderen Set gespielt, den Inhalt. Okay, es war zwar nicht in der Normalstufe, denn ich wollte natürlich durch einfach. Aber es war jetzt nicht wirklich irgendwie schwierig zu spielen. Wäre vielleicht noch am Testserver mir ein bisschen an die Herausforderung auch ranwagen. Mal gucken, was hier das Set so kann oder was die Änderungen so können. Ich finde es okay. Änderungen, ob es jetzt wirklich so krass irgendwie genervt werden muss, wie viele sagen, werden wir sehen. Aber wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Und somit bedanke ich mich fürs Zugucken. Ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. 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 Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020